So, Freunde, macht er das wirklich? Ja, er macht's wirklich. Auch mit der Gefahr, dass dieses Video gesperrt werden kann. Er macht's wirklich, er macht's wirklich. Da fällt es schon ab. Die Befreiung der Menschheit kommt. Oh, komm schon, komm schon. Warum soll man eine Schutzmaske tragen? Weil der Fernseher das gesagt hat. Warum ist das Coronavirus gefährlich? Weil der Fernseher das gesagt hat. Warum soll man sieben Milliarden Menschen impfen lassen? Weil der Fernseher das gesagt hat. Seht ihr, wie meine Brille beschlägt? Ein Akt der Rebellion. Skandal, sagt ihr jetzt? Wie, das Ding hier verbrennen? Das Ding hier verbrennen? Es ist doch verordnet. Es gibt doch Schutzmaskenpflicht. Der Fernseher hat es doch gesagt. Will er jetzt ernsthaft, ernsthaft die Maske verbrennen? Leute, wenn man bedenkt, dass diese Maske krank macht, Kondenswasser sich ansammelt und es die Lunge angreift. Für ältere Menschen höheres Infektionsrisiko. Und Experten haben auch gesagt, dass diese Maske nichts bringt. 0,0. Nada. Wäre es dann vielleicht nicht sinnvoll, das Ding hier zu verbrennen, eine kleine Rebellion zu starten? Oder bin ich vielleicht nur ein kleiner, blöder, hohler, antisemitischer, rechtspopulistischer Verschwörungstheoretiker? Warum glaubt man, dass alle Verschwörungstheoretiker dumm sind? Weil der Fernseher das gesagt hat. Aber hey, entscheidet selbst. Ich habe ja eine Brille auf, oder? Sehe ich damit nicht intellektuell aus? So, ich werde damit jetzt mal so ein kleines, kitzekleines Lagerfeuerchen veranstalten. Aber vielleicht überlege ich es mir nochmal, weil ich schaue vielleicht jetzt gleich noch den Mainstream-Sender an. Und wenn Experten sagen, dass das gemacht werden muss, dann muss das ja gemacht werden, oder? Oh, der Fernseher hat ja recht. Der Fernseher hat immer recht. Habe keine eigenen Gedanken. Okay. Hinterfrage nichts. Okay. Spring aus dem Fenster. Okay. Halte Abstand zu deinen Mitmenschen. Okay. Lass dir einen RFID-Chip einpflanzen, weil es sinnvoll ist. Okay. Glaube alles, was im TV gesagt wird. Okay. Glaube den Politikern. Okay. Glaube den Experten im TV, weil es Experten sind. Okay. Höre nicht auf alternative Meinungen, denn die sind gefährlich. Okay. Glaube der WHO. Okay. Okay. Glaube der Bundesregierung. Okay. Wenn überhaupt, dann schreibt hier Liebe drauf. Das ist vielleicht noch eine geile Botschaft. So, Freunde. Macht er das wirklich? Ja, er macht es wirklich. Auch mit der Gefahr, dass dieses Video gesperrt werden kann. Er macht es wirklich. Er macht es wirklich. Da fällt es schon ab. Die Befreiung der Menschheit kommt. Oh, komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh, das Ding, das riecht schon richtig. Das schnuppert schon so richtig. Komm mal da. Butz. Butz. Das geht so von alleine auseinander. Schatz, brauchst du gar nicht kommen mit der Gießkanne. Jetzt ist die Scheiße. Ich brauche ein neues Feuerzeug. Guck dir das machen. Loch, Loch. Noch ein Loch. Oh. Schön die Maske verbrennen. Schön absetzen. Befreiung der Menschheit. So, ich zeige euch das mal, wie das aussieht hier. Wenn man hier sich frei macht und selber anfängt zu denken. Denn im Grunde ist jeder ein Lemming, der so ein Ding anhat. Zack. Weg damit. Jetzt könnt ihr wieder atmen. Jetzt könnt ihr wieder atmen. Weg damit. Braucht kein Mensch. Auseinanderreise. Wegschmeiße. Boom. Denk selber. Tu mir diesen Gefallen. Denn, wenn Wahrheit zur Lüge wird, und Lüge zur Wahrheit, dann wird Widerstand Pflicht. Du hast es erfasst. Also, schaut ihr auch die anderen Videos an. In der Beschreibung. Für das kollektive Erwachen. Und genieß auf jeden Fall den Sonnenuntergang, der gerade hinter mir ist. Zeige ich euch mal kurz. Das ist nämlich richtig Weltklasse. Kann man da was sehen? Ja, warte, warte, warte. Ich nehme euch noch mit hier. Zack. 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 Da ist er. Da ist er. Da ist er. Der schöne Sonnenuntergang. Also, Leute. Live love and love life. ? Ja, das ist er. Da ist er. Da ist er. Untertitelung des ZDF, 2020